Das Wetter am Wochenende Am Wochenende wird es in Budapest bewölkt und regnerisch. Zudem kann es zu starkem Wind kommen. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 14 und 16 Grad liegen. In der Bretzin wird es an beiden Tagen bewölkt und windig, soll aber trocken bleiben. Die Sonne kann immer wieder mal herauskommen. Zudem sollen die Temperaturen um die 20 Grad liegen. Auch in Gür wird es am Wochenende bewölkt und windig. Am Samstag kann es zudem regnen. Die Temperaturen sollen zwischen 10 und 13 Grad liegen. In Hewis wird es bewölkt und windig werden, aber trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 10 und 12 Grad liegen. In Peet soll es am ganzen Wochenende bewölkt, windig und regnerisch werden. Die Höchsttemperaturen sollen um die 15 Grad betragen. Auch in Zaget bleibt es bewölkt, windig und regnerisch. Die Temperaturen sollen zwischen 14 und 18 Grad liegen. In Mischkohl soll es tagsüber sehr bewölkt, windig und regnerisch werden. Die Höchsttemperatur wird zudem bei 14 Grad liegen.